Deine Hose ist das? Jungs auch? Jetzt wo du es sagst, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, aber das war nicht in der Schule. Ich bin irgendwo mal für den Kick ohne Unterhose rumgelaufen, aber es war nicht in der Schule. Oder was? Ja, was denn? Was für ein Kick? Egal. Egal, 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 egal. Egal. Ja, bin ich mal, ich bin ein harriger Mann.